Ähm, äh, was wollten die Falle sagen? Das ist der TG. Oh. Ja, genau. Und das ist der Mega-Quest. Jo, schönen guten Abend. Ja, ganz nett. Meine Damen und Herren. Wir sind immer noch auf demselben Server, wie bei der letzten Runde, die wir zusammengespielt haben. Sind drauf irgendwie... Ach, Alter. Hey, 3000 Worte, ich sag's euch. Und wir haben uns gesagt, wir spielen jetzt mal eine Runde Bolt-Sniper-Only und das, was ich hier mache, ist total scheiße. Es ist total scheiße. Und ich hab... Alter, das ist ein Crossbow- und Bolt-Sniper-Only-Server. Ich hör schon hier automatisches Gewehr vorher. Das geht ja mal gar nicht. Ich bin wieder in Lumix. Nein! Doch! Ich bin zum Glück allgemein bekannt für meine Quick-Scope-Montagen. Also jetzt wird's laufen. Okay, wir sind gespannt. Kurze Klappe, nix dahinter. Alter. Ich hab übrigens... Also wann hab ich ein Double-Kill gemacht, ne? Mein erster Schuss war direkt ein Double-Kill. Mein' ich dich, ich mein' mich. Ja, ist ja gut. Alter, ich komm hier grad überhaupt noch nicht rein. Was, was, was? Lass mich doch mal... Lass mich doch mal... So, dann hol' ich halt den... Messer-Kill ist ja auch okay, ne? Ja, natürlich. Messer-Kill ist auch okay. Messer-Kill ist super. Voll lame, ey. Wo sind denn hier die? Messer-Kill. Da ist doch gerade... Auf dem Boot-Only. Hallo? Ich spiel... Ist doof. Oh, ich hab grad auch ein Messer-Kill gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Voll lame, ey. Nein, das ist völlig... Voll lame. Also ich hab die ganze Zeit schwarz-weiß gespielt. Voll lame. Ey, diese Messer... Ihr Noobs, ihr. Der Tegi sagt das nur, weil er das nicht hinkriegt. Genau. Ja, ach, fuck you! Oh, ich hab noch ein Messer-Kill gemacht. Ich hab eh nie überlegt, genau. Erfischt in your Max. Grüße an dieser Stelle. Er schreibt... Nein! Ah, fuck! Ich bin Opfer eines C4-Files geworden. Oh, jetzt war die auch gemütlich. Oh, nein! Oh, doch! Toll, schön daneben hier. Ey, ich schon wieder veraimt. Und Treffer und nicht tot. Versenkt. Hilfe bei Kill. Hilfe bei Kill. Alter, jetzt ohne Witz. Also so mal unter uns. Unter uns Battlefield-Menschen, ja? Unter uns Männer, meinst du? Ah, fuck you! Fuck you, komm, ich krieg... Nein! Ich hab ihn schon... Ach, ich hab ihn runtergeschossen auf 20% und der Messer hab ich trotzdem noch. Unglaublich. Ich merke mir sowas. Wo bin ich nicht zu pressed hier? Oh, das war mein eigener. In you mix. Ah, der... Ich war immer... Da muss man sich ja richtig konzentrieren, weil das ist ja grad richtig... Ach, ey, ich kacke hier grad voll ab. Was ist hier denn los? Unglaublich. Ich bin ja auch noch eine Paneele, Thomas-Only oder so. Doch, wieder hier. Ja, diese C4-Sachen, ne? Warte, zack. Das war... Das war ein richtig schöner Schuss. Das war ein richtig schöner Schuss. Und das war auch ein richtig schöner... Das war kein Schuss, das ist ein Messer. Also... Ignoriert, was ich sage. Schieß mit Messern. Ja, ich... 360... Ich nehme erst mal Bravo ein hier, ne? Like a boss. Stimmt, das gibt ja auch noch Flammen. Ja. Aber ich glaube, für unsere nicht vorhandene Challenge ist es natürlich uninteressant, ob ich jetzt nach Flagge hinterherlaufe oder nicht, ne? Nur mal so unter... Ich bin schon wieder eingenommen, ey. Teamplay geht immer vor. Ja. Also, Jim. Teamplay geht immer vor. Ah, fuck you! Fuck you! Fuck you! Ey, hallo, das war doch wo... Ne. Oh, jetzt läuft's. Liebung, ey. Läuft überhaupt gerade gar nicht. Überhaupt. Überhaupt gerade gar nicht. Ich hab die gemessert, wie hab ich das denn hingekriegt? Also, wenn du dich schon fragst, wie du das geschafft hast, dann will ich nicht gar nicht die Situation dazu wissen. Nee. Boah, ich wollte gerade eine Granate werfen. Aber machen... Beim ersten Mal wird man, glaube ich, nur gekillt. Ah, okay. Ey. Endlich, ey. Nein, ich hab gemessert. Vom Funker. Grüß dich, Funker. Mann, das ist Arschloch. Ach, komm. Lauf doch mal rein hier. Mensch. Oh, läuft so schön. Läuft gefühlt besser hier. Das läuft richtig gut eigentlich. Läuft eigentlich sogar. Suga. Suga? Suga? Suga! Voll sogar. War sogar, ey. Yes. Ey, hallo? Hallo? Nein! Doch. Der Pirate schießt mit, 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 mit Zephyr, mit Hoorexplosivpfeilen. Ja, ich bin gleich schon wieder vorbei, ne? Ich hab ihn dafür gemessert. Geht richtig schnell, hier. Finde ich, also ich find's gut, wenn die Runden nicht so super lang sind. Ja, stimmt. Das wurde sich auch schon von, ich werd schon wieder gemessert. Von Chaco. Alter, ich bin hier drin los. Ich schreibe ich mir auf die Liste. Ah, Mann, ey, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Also, das ist eine meiner schlimmsten Runden seit langem. Sehr gut, dass wir es aufnehmen. Alter, ich krieg die noch nicht mal. Ey, spring schon wieder an. Ich werd gemessert vom Pirate. Mann. Wo ist der? Wo ist er? Unglaublich. Der Tegel ist sogar vor uns. Ja, ha, ha. Wir müssen, wir müssen den Tegel irgendwie ablecken. Oh, oh. Warte. Ich bin hier voll der No-Scope-Hero gerade hier. Voll der Held. Ja, ich merk das schon aus. Zu sehen auf meinem Kanal. Ich werd die besten 10, alle beide, zusammenschneiden. Also, schaut euch das auf den beiden Kanälen an. Die besten zwei Sekunden von Tegel. Die lade ich dann auf. Ey, ich krieg's nicht hin. Ey, ich krieg's nicht hin. Jetzt hab ich ihn endlich mal weggeholt. Ey, unglaublich. Unglaublich peinlich auch. Jim, du bist wieder vor mir, aber Tegel ist wieder hinter uns. Was? Jawoll. War kurz, aber es war einprägsam, Tegel, Tegel. Die natürliche Rangordnung ist wieder hergestellt, meinst du? Ja, genau. Scheiße. Scheiße, da war ein Battlefield. Fickt euch, ihr Hacker. Fickt euch, ihr Hacker. Nein, der hat's noch geschafft. Ja. So, Megacquiz ist dritter. So, jetzt geht's mir besser. Unglaublich. Unglaublich. Ja, das schreibt man in der dritten Runde, ne? In der dritten Runde? Eindeutig. Alle guten Dinge sind drei. Die einzige Waffe, die jetzt noch auf dem Server erlaubt ist, die wir noch nicht gespielt haben, das wird dann wohl eine Knife-Aule-Runde sein. Oh Gott. Oh mein Gott. So, Link zu den beiden Kaputten hier findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und zu uns auch. Und zu euch natürlich auch. Tegel1a. Also am besten erst mal beim Megacquest und beim Tegel vorbeischauen, wenn ihr euch das hier angeschaut habt. Und ich bin erst mal raus. Ihr könnt auch noch gerne was sagen. Tschüss. Bis später. Das war ja lustig. Oh mein Gott, ey. Was war das denn bitte jetzt? Das war ja lustig. 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 Vielen Dank.